Bernhard Brink schießt gegen Schlagerkollegen. Dass das Schlager-Titank ein Blatt vor den Mund nimmt, ist uns bekannt. So hat er sich schon oft politisch geäußert und auch zu Covid-Zeiten hat der Sänger viel von dem gesagt, was er gut und schlecht findet. Nun äußert sich der 71-Jährige über die Branche, die er seit mehr als 50 Jahren kennt. Diesmal geht es um die Newcomer, die sich in der Schlagerbranche einen Namen machen wollen und vielleicht sogar davon träumen, einen solchen Status zu bekommen, den Bernhard hat. Bernhard Brink ist schockiert zu sehen, in welchem Größenwand sich einige junge Talente befinden und das, obwohl sie sehr wenig erreicht haben. Für ihn sind Fleiß, Ehrgeiz, Kampfwille und Authentizität der Schlüssel zum Erfolg. Bei vielen fehlt es leider daran. Bernhard, der auch als ZFAR-Moderator bekannt ist, hat in seiner Karriere viel erreicht und ist als alter Hase die Schneelebigkeit, in der wir heute leben, nicht gewohnt. So veröffentlichen junge Künstler oder Möchtegern-Stars alle zwei Wochen eine Single, während es beim Schlager-Titan früher jedes halbe Jahr stattfand. Es stimmt tatsächlich, heute muss man nur Tochter von oder Frau von sein, um sich in der Branche einen Namen zu machen. Schreibt mir in den Kommentaren, welche junge Talente oder Möchtegern-Stars Bernhard Brink meint. Für weitere News aus der Musik- und Schlagerwelt abonniert den Kanal, um nichts zu verpassen.